Hoch im Norden, in der Adventszeit, wollte der Weihnachtsmann mit seinen Gehilfen, dem Elf, dem Rentier und dem Eisbären, die Geschenke für die Kinder vorbereiten. Der Weihnachtsmann fragte seinen Elf, Hast du alle Wunsch hätte angenommen? Der Elf antwortete, Ja, habe ich. Zeig mal her. Zeig mal her. Zeig mal her. Musik Nach einigen Tagen fiel dem Eisbären auf Weihnachtsmann, da fehlt ein Geschenk. Oh, das ist ja gar nicht gut. Antwortete der Weihnachtsmann. Nach zwei weiteren Tagen hatten sie das Geschenk, was bis zum Südpol gebracht werden sollte, immer noch nicht gefunden und es war schon der 23. Dezember. Sie überlegten, wo das Geschenk sein könnte. Alle suchten überall, aber sie fanden alles nicht. Nun kam Heiligabend. Alle waren auf dem Weg zum Schlitten und das Rindschirr schrieb, Da liegt das schöne Geschenk unter den Schlitten. Der Elf freute sich. Oh, wir haben es gefunden. Der Eisbär rief. Jetzt aber schnell Kuchen, wir müssen los. Alle riefen im Krohr. Super, Weihnachten ist gerettet. Und so bekamen alle Kinder ihre Geschenke, egal wo auf der Welt sie lebten. war schon, wir müssen nur meinen Krohr. Vielen Dank. Vielen Dank.